Ich nehme das mal, weil ich muss ja raus hier, ne? Ja, super, dann nehmen wir es doch nicht mit. Dann legen wir das gleich hier rein. Ach, brauchen wir auch nicht. Jetzt haben wir aber dann viel Kies, ne, wenn ich das alles rausnehme. Dann haben wir viel Kies. Natürlich. Nicht unbedingt keine Ahnung, was dann noch so geplant ist, wird. Also geplant ist es, morgens hinzufahren, so gegen 10, 11 sich treffen und dann losfahren, ne? Mit Frühstücken halt wieder. Und, ähm, so gegen nachts dann zurück. So, nach der letzten Band. Ähm, ich schreibe dir bei YouTube. Oha! Hoffentlich kommst du durch. Äh, es fährt, Frederike fährt und, ähm, einen zweiten Fahrer haben wir noch nicht. Aber aktuell sind es auch nur André, Amy, Chris, ich. Und dann halt du. Und dann wären wir fünf, dem bräuchten wir ja eigentlich noch einen Fahrer. Was heißt denn Treffen? Also hier Treffen bei mir. Und, äh, frühstücken und dann losfahren. Hallo, ich bin's, Emily. Hallo, Emily, grüß dich! Hallo, ich hoffe, dir geht's gut, Emily. Trotz, äh, trotz das, was heute war. So, also kommen ja, also kommen alle mit, die keine Kohle haben. Das ist gut, vielleicht können die sich, ja. Vielleicht können sie sich was bei 20k leihen. Also bei 20k Mann meinst du, wa? Moment, also kommen alle mit, die keine Kohle haben. Moment, ich hab Kohle und Chris auch. Also mit Chris meine ich Kotzi, ne? Würde mein Bruder uns gegebenenfalls auch hinfahren und auch abholen. Denn, naja, muss man halt ein bisschen mehr Sprit, weil er muss ja hinfahren und zurück und wieder hin und zurück. Naja, wir gucken einfach mal. Aber aktuell sind's fünf, Leute. Egal, als ob er mich da schreibt. Da geht's bei mir um Kotzi. Du hast ihn ja einmal gesehen erst, Egi. Du hast ihn gesehen in einem sehr schlechten Moment. Hier, warte mal. Hier, am 30. war er ja auch da. Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Am 30. Ja. Ich trinke gerade heiße Schokolade. Schmeckt gut. Sie diktiert. Achso, sie diktiert und du schreibst. Okay. Gut, gut, gut. Gieß. Wir schmeißen hier mal was rein und hier was rein. Eine Schaufel machen wir uns mal vorsichtshalber. Zack, zack. Zack, zack. Huch. So. Achso. Und noch eine Spitzhacke. Bis auf den ersten Satz, den hat sie alleine geschrieben. Milch bei offenen Wunden im Mund eigentlich verboten. Und M mit doppelten M. Wie ist es damals zumindest? Ja, ich sollte auch keine Milch trinken beim Zungenpiercing. Ja. Ich habe voll Bock auf warme Milch mit Honig. Aber Zucker wieder. Hm. So, wir gucken uns bei den Spars. Ich muss mal aufpassen. Der Emmy guckt ja zu. Dann kann ich ja hier in den Moment mal aufpassen. Hier haben wir ja Glowstone schon. Was macht er denn da? Ist er nicht ganz saftig? Was ist denn das für ein Trick? Jeder wie er will, ne? Teebeutel, mein Lieber. Grüß dich. Junge, Junge, Junge. Hallöchen. Der Arzt sagt, Milch oder Milchprodukte wäre okay. Okay, okay. Also ich kenne es auch so. Beim Zungenpiercing war es auch so, dass man keine Milch da trinken darf. Wo geht das hier rein? Hier. Hier. Wie viel haben wir da mehr? Drei? Zwei. Okay, zwei. Aufpassen, die Spitzhacke nicht kaputt geht. Oh, das sind drei. Na egal, machen wir drei. Ist ja nicht so schlimm. Hey, Lillen, na Schnecke. Ey, Teebeutel, du hast ja noch gar nicht gesehen, dass dein Bild hier hängt, ne? Mann. Okay. Dann. Ne, zeig. Okay. Okay. Ausnahmsweise. Sorry, YouTube. Wir rennen mal ganz schnell rüber. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir flitzen mal. Wir gucken noch mal ganz kurz. Und ich weiß, wenn ich da war und wieder zurückgehe. Ja genau, wir cutten das einfach raus, YouTube. Gute Idee, Teebeutel. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt zurückgehe und wieder zurückgehe ins Haus, dann kommt Shiny rein und sagt, oh, zeig mal mein Foto. Tschüss, will nicht mehr. Viel Grüße für deinen Sohn. Liebe Grüße zurück. Sage ich jetzt einfach mal. Erste Etage, Teebeutel, ist schon voll. Erste Etage ist schon voll. Und ich glaube auch, dass die, ähm, Becky, ich glaube, die wollte auch, weil die hat mir ein Foto geschickt. Und ich glaube nicht, dass die mir einfach so random ein Foto von sich schickt. Ich glaube, das Foto war auch dafür gedacht. Aber die ist noch nicht drin. Die hänge ich dann nächstes Mal auf. Und die Bilder. War das hier? Ja. Doch, doch, die hat mir noch welche geschickt, Kappi. Okay, gut, dann, okay. Gut, dann war es bis weit. Dann weiß ich wieder wofür. Aber für ORF, genau. So. Mein Gott, ist das weit, ey. Oh, Leute, nee. Erst dann baust du mir mal ein Altar. Soll ich dir einen Kompos-Haufen vorsetzen? Wegen Farming-Simulator? Zur bin raus, Tür. Okay, dann mache ich es direkt wieder ab. Warte mal, wo hing er denn? Da hinten. Dann lacht er. Dann lacht er. Wenn du so nah dran stehst, sieht es natürlich sehr wild aus, ne? Du musst ein bisschen weiter weg. Hier, Shiny. Kletze. So. Mir gefällt das richtig gut hier. Mit dem Bombs. Wo ist Rupin? Ich weiß nicht, ob Rupin mir... Rupin hat mir, glaube ich, kein Bild geschickt. Weiß es gar nicht. Wenn dem so sein sollte, dann muss ich Rupin und, äh... Becci nächstes Mal einfügen. Doch. Doch, Rupin hat mir auch ein Bild geschickt. Aber das war alles im Oktober, ey. Das wusste ich doch gar nicht mehr, Mensch. Ey, mit 48 weißt du doch auch, wie das ist, ey. Will neben dem Homo sein, ja? Okay, das kriegen wir hin. Ne, hier haben wir auf jeden Fall den Passi. Dann haben wir hier Mr. Glatze. Haben wir mal hier, äh... Philipp. Jetzt bestellen. Wo ist Rupin? Will neben dem sein, so... No, Homo. Ne, ne, der ist richtig. Flu! Grüß dich, danke für deine 10 BDs. Okay, ja gut. Dann muss ich Rupin noch. Okay, den müssten die... Ja, gut. So, hier haben wir Flu. Hier weiß ich nicht. Das kam random, das Foto. Dieser... Mundelter. Dann haben wir hier Wieselchen. Mika. Gira und Hayley. Aggie. Wichtiges Statement. Hier haben wir... von Vanita den Hund. Baloo. Ich glaube, Baloo. Da haben wir mich. Baloo. Okay, war ich richtig. Das wäre gut. Da haben wir Battle. Battle. Da haben wir... ...Betalion. Der hat noch einen Kompasshaufen vor seinem Foto will. Hier haben wir Chris. Das ist Chris, wenn die Medikamente nachlassen. Nara. Hardcore Dexy. Amy. Apo. Dann haben wir hier den Dennis. Und den Aggie Junior. Ja. Ja. Ne? Ich meine, selbst wenn jetzt die zweite Reihe kommt, ne? Wer da unten denkt, du kommst rein, du siehst denjenigen trotzdem gleich, ne? Flu, danke für deinen Lörg. Aggie Senior war sich wieder wohl zu fein. Das sind tatsächlich gar nicht so viele, die sich komplett zeigen, ne? Das bin ich. Das ist Battle so halb. Das ist Metallion. Äh, ja, Kira hatte vorher auch eins. Dann haben wir uns aber darauf geeinigt. Denn du? Passi? Shiny? Naja, obwohl jetzt gerade geht's, ne? Die letzten Fotos waren doch direkt... Alle vier waren richtige Fotos. Okay. Fast richtig vor. Bei den Bilden steht normal, ich liebe es, wenn die Pillen wirken. Das ist ein geiles Gefühl, ne? Geil. Ist er einfach gerade despawned? Gigi, danke. Ja, mir gefällt das auch wirklich sehr gut. Aber ich brauche halt noch alles... Ich will halt alles in weiß haben, ne? Das dauert noch ewig. Und nein, da ist die Hexe. Ja, wenn man da irgendwann denn mal so weit ist, ne? Und erst mal nichts mehr hat, was man einfügt. Und dann irgendwie nach, keine Ahnung, 100 Folgen mal wieder reinguckt, ne? Also man kann ja auch die Fotos, wenn man will, mal austauschen, ne? Aber ist natürlich auch doof. Man kann ja jetzt nicht wöchentlich, ne? Man kann ja jetzt nicht wöchentlich sagen, tausch mal Foto wieder. Und heute kam die tausendste Folge auf YouTube, ne? Also da, wo wir damit angefangen haben, die Bilder aufzuhängen, die kam heute um 18 Uhr, die Folge. Die tausendste Folge. So, jetzt sind wir wieder da. Pass auf, gleich kommt Shiny. Wer ist jetzt auf dem Balkon springen? Wer ist jetzt auf dem Balkon springen und dann Couch? Lieber auf dem Balkon als vom Balkon. Das ist schon richtig. Okay. Achso, du gehst auf dem Balkon. Okay, erstmal schön halt durch die Piefen, sagst du, ja? Bisschen Brokkoli oder wie? Ähm, ich muss mal ganz kurz hier raus. Ich muss mal ganz kurz in Staffel 2. Ich weiß, was ich tue. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Okay, ich weiß, was ich tue.